Was ist los? Wir können ja nachher weiterreden, ja? In Ordnung. Hallo. Hi. Ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich vorhin so schnell gegangen bin. Macht doch nichts. Wann hast du das nächste Mal Zeit? Ja, da richte ich mich ganz nach dir. Okay, warte, dann schaue ich mir eben in meinem Terminkalender nach. Carla, ich wollte dich da noch was fragen. Entschuldigung. Können wir uns nicht kurz einen Moment darüber setzen? Sag mal, hat es auch bis nächste Woche Zeit? Ich habe da einen ganz interessanten Typen kennengelernt und den will ich ungern warten lassen. Ja, kein Problem. Das nächste Mal habe ich mehr Zeit versprochen. Okay. Okay, passt dir nächste Woche Montag 18 Uhr? Äh, perfekt. Gut. Dann bis nächste Woche. Ja, und viel Spaß bei deinem Date. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Schön. Und? Hast du sie gefragt? War nicht nötig. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ja, ich bin ja. Scheiße. Das ist ja. quaCU und wiekla. War nicht. War nicht. Untertitelung des ZDF, 2020